Hallo alle zusammen, liebe Jungs, liebe Mädels, liebe Männer und liebe Frauen, damit ihr euch auch alle angesprochen fühlt. Ich habe aber wieder mal ein neues Do-it-yourself für euch und zwar dachte ich mir, warum machen wir unsere Weihnachtskarten nicht einfach selbst. Das ist eine super Idee für die ganze Familie, jeder kann dabei mitmachen und ihr braucht auch gar nicht viel dafür. Ich werde euch gleich genauer sagen, was ihr dafür braucht und wenn ihr Lust darauf habt, dann bleibt einfach dran. Wir benötigen Messpapier unserer Wahl, eine Schere, ein Lineal und ein Bleistift, als auch einen Klebestift und so kleine Sternchen, die ihr aufkleben könnt und Washi-Tape. Ich beginne damit, meine Blanko-Karteikarte einmal in der Mitte zu falten und die Bruchkante befindet sich jetzt nun auf der unteren Seite. Ich zeichne schon die erste Linie, das wird unser erstes Geschenk-Päckchen sozusagen. Einfach oben und unten zwei parallele Linien und dann an der Seite eine gestrichelte Linie, weil diese nicht geschnitten wird. Einfach nur zur Orientierung. Ihr malt euch also drei kleine Geschenk-Päckchen auf und schneidet dann nur die durchgestrichenen Linien aus, beziehungsweise einmal ein Snip reinmachen. Wenn ihr das gemacht habt, faltet ihr diese kleinen Kästchen zurecht, damit ihr es leichter habt, das Ganze in Form zu bringen. Dann könnt ihr das Ganze auch schon öffnen. Die Geschenke drückt ihr nach außen und das Papier nach innen und dann habt ihr einen super coolen 3D-Effekt. Da ich möchte, dass die Karte noch etwas hervorstecht und dieser 3D-Effekt einfach besser aussieht, nehme ich nochmal rotes Papier, schneide das zurecht, falte das in der Mitte, damit ich auch weiß, wo meine weiße Karte ungefähr sitzen soll. Dann nehme ich meinen Klebestift, klebe es auf und trage es auf, klebe es ein. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Als nächstes kommt mein Washi-Tape ins Spiel und zwar schneide ich mir einfach ein paar Stücken ab und das wird dann mein Geschenkband um mein Päckchen. Und ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, ein paar Sticker hinzugefügt. Ja, so könnte eine Karte beispielsweise auch sehen. Die nächste Version, der Tannenbaum, der ist eigentlich auch super einfach und funktioniert nach demselben Prinzip. Ihr zeichnet die Hälfte eures Tannenbaums auf eure Karte, natürlich mit der Brustseite in der Mitte. Und ja, ich mache das hier einfach mal im Schnelldurchlauf vor und schneide das Ganze dann genauso aus wie die Geschenkpäckchen. Achtet darauf, das nicht komplett auszuschneiden, sonst habt ihr ein loses Stück in der Hand, das soll auch nicht sein. Dann faltet ihr das natürlich auch wieder zurecht, drückt es ein und klebt es auf. Ich habe mir jetzt noch ein paar Stifte gegriffen und das Ganze ein wenig ausgemalt und ausgeschmückt, den Baum. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. So, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns nächste Woche, würde ich sagen. Und bis dann!